moin leute und eine herzliches willkommen zu einem weiteren case opening auf unserem kanal ich habe tatsächlich mich gewagt ja ich habe es mich gewagt in diesem spiel noch mal ein paar schlüsse zu kaufen um ein paar viele kisten zu öffnen genau sind genau 27 kisten die ich heute öffnen werde 20 durchbruch schlüssel habe ich mir schon gesorgt und zwei von den neuen kisten fünf schlüsse von der durchbruch muss ich mir noch kaufen aber das maximum sind halt nur 20 schlüssel die du auf einmal kaufen kannst aber naja wir gucken mal und wir hoffen natürlich dass wir auch gute sachen rauszunehmen das heißt ich öffne jetzt die erste von den neuen kisten die sieht natürlich auch nice aus hier obwohl nach geht so geht so geht so ist die m4 drinnen die m4 sieht nice aus die will ich auf jeden fall haben wir öffnen sie einfach mal wünscht mir glück und das glück ist nicht auf meiner seite wir haben die wach und schrotflinte gekriegt dann öffnen wir mal die erste durchbruch kiste wir hatten in der durchbruch kiste hatten wir schon so viel glück muss ich sagen das ist echt nicht mehr feierlich erster lila skin auch wenn der nicht viel wert ist ich würde sagen die zweite neue kiste machen wir zum ende auf oder war die print stream und wir kriegen wieder ein lila skin da war es hinter also die durchbruch kisten leute ich kann es euch nur empfehlen die geben irgendwie die also die gönnen auch wenn es nicht wertvolle skins sind aber die gönnen die gönnen einfach wo fabrik neu sogar aber die kisten sind halt echt kann man machen kann man mal machen okay die ist jetzt nicht so der renner was hat die für eine condition minimale gebrauchsspuren aber bei den blauen skins ist das ja öfters so dass du so hohe werte christ wieder lila skin minimale gebrauchsspuren wie am anfang die fabrik neue und nächste kiste kommen können 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 auch du wuhrer der bild junge voll der bait behinderte scheißspiel minimale gebrauchsspuren wieder bei der sg da hat die mich gebetet mit der mit der pinken glock da schon wieder da war sie schon wieder die pinke glock ja glock skins brauche ich immer noch einen tollen ich habe jetzt erstmal ein wie heißt das provisorisch heißt das ein provisorischen ja die nämlich auch sonst die ist nämlich auch eigentlich was wert eigentlich also in euro packt die meistens zumindestens der trick wie viel die dann noch wert ist so eine andere sache bestimmt 20 cent oder sowas nächste durchbruch kiste vom gönnen gönn 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 die ich hätte lieber die schrot genommen ganz ehrlich was hat die einsatz erprobt so ein bullshit auch doch keiner kaum 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 gestern hast du gegönnt junge jetzt kriege ich nur so und müll blaue skins aller auch doch kein mensch rote skins braucht man oder pinke oder was ist das immer für ein bait junge die mögen das nicht glaube ich die mögen das nicht schon nach und wieder müll auch doch keiner jetzt gibt was kaum gönnung wir haben ja gestern schon ein case opening aufgenommen da konnte ich nur vier kisten öffnen das geld war aber von der von der firma und jetzt öffne ich halt selber mal kisten ich habe es ja davor schon gemacht da habe ich leider nicht aufgenommen da habe ich die handschuhe gezogen in einem moment wo du gar nicht daran glaubst dass sowas krasses ziehen tust oder eigentlich nicht okay die ist wenigstens der track und fabrik 9 ne natürlich ist sie nicht fabrik 9 also in den princestream oder eine ak instead track hätte ich ganz gerne ja guck mal das ist doch schon mal ein anfang wieder auch wenn das eine hässliche tag 9 ist also ich finde die nicht schön nicht wirklich na das ist schon wieder bait des todes so viele skins da drin mit farbigen zu sehen hier so viel farbe fliegt dran vorbei am anfang und dann kommt nur müll raus so danach müssen wir neue schlüssel kaufen da ist die zahnfee wieder welche condition fabrik neu welche dingens 0,06 was hat denn meine andere was für eine flot hat meine andere da die ist ja auch fabrik neu die andere ist sogar besser noch die ist sogar noch besser was hat die für einen wert die hat eine bessere condition 6,20 Euro kann man machen trotzdem minus bisher komm gönn 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 ach keiner er gönnt einfach nicht niemand gönnt komm princestream oder ak mehr will ich gar nicht mit handschuhen bin ich natürlich auch glücklich oder ein neues messer habe ich schon ewig nicht mehr gehabt komm 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 sei eine gönner kiste ach wieder betes todes hier alles bete 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 korma korma ich habe jetzt so viele kisten geöffnet ja kannst du ruhig mal was gönnen abgenutzt alter in 90 abgenutzte p90 brauche auch kein mensch doch ich sage doch da war die ak ich habe die ak gezogen was für eine condition die ist sogar fabrik neu geile ok minimale gebrauchsspuren aber sie hat einen wert von 13 14 Euro knapp ist schon ein anfang so jetzt kommt es an die letzte kiste an eine der neuen kisten hoffnungsvoller schimmer seht ihr nun in meinen augen wenn wir diese kiste öffnen und was gutes ziehen hoffentlich komm schon ach du bist doch müll lumen alter obwohl die geht aber noch die p90 die geht tatsächlich noch so hässlich finde ich die gar nicht aber die chrome die dingens kommt halt noch nicht an meinen an meine ak ran weil meine ak hat als dead track ne meine ak wo ist sie denn hier überhaupt das ist kein roter skin gewesen nie hier da ein lila skin die hat dead track schon und die ist auch ein bisschen mehr wert aber ist halt logisch was ist der track ist aber die hier wären mit der track natürlich noch eine ganze menge mehr wert aber sie sieht geil aus ja also wir können jetzt kommen wir machen noch mit aufwertungsvertrag hier kommen wir gucken mal hier in die conditions kampfspuren minimale gebrauchsspuren die können wir mal rein tun die hat minimale gebrauchsspuren minimale gebrauchsspuren abgenutzt abgenutzt kampfspuren kampfspuren minimale gebrauchsspuren einsatz erprobt einsatz erprobt einsatz erprobt fabrik neu fabrik neu minimale gebrauchsspuren abgenutzt einsatz erprobt einsatz erprobt kampfspuren einsatz erprobt abgenutzt aber was ist denn hier los hab ich nur abgenutzte scheiße ja dann müssen wir jetzt noch zwei abgenutzte mit rein tun oder so ach komm wir machen hier machen hier kampfspuren mit rein weil kampfspuren geht auch noch hab ich noch ne kampfspuren na einsatz erprobt komm hier scheiß drauf gib was echt jetzt ich hab da so viele minimale gebrauchsspuren reingemacht und der gibt mir ne kampfspuren äh ne einsatz erprobt ist ja behindert ist ja behindert ist ja behindert wie viele purple skins habe ich eigentlich mittlerweile kann ich die mittlerweile schon wieder aufrüsten könnte ich doch save die weg die weg 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 natürlich aber dies minimale gebrauchsspuren eine schrott blinde und dann könnten wir rein theoretisch noch mal die aufwerten die ist sogar statrick die waffe ok wir haben davon haben wir nicht genug aber von den hellblauen also hier von den fast dunkelblauen ich verstehe das bei den farben immer noch nicht ganz ja gut ich habe mir was besseres gehofft erwünscht na gut dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zuschauen und wir schauen mal vielleicht werden wir die hier verlosen mal schauen wenn wir sehen und dann hören wir uns sehen wir uns im nächsten video oder nächsten stream bis dahin Tschööö.